Hiho und willkommen zurück bei den lieben Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergenfreunde zur Spellforce, die Order of Dawn. Ja, wir sind im Schlund mit unserer gewaltigen Ork-Armee, die nur aus Heimstarken und Magiern besteht. Und mit dieser Armee müssen wir uns jetzt durch einen Schlundfall an den Boden kämpfen. Gut, und dann geht schon unser erster Brand da drauf. Gegen den Herd des Feuers? Ne, gegen den Feuerspucker. So, Feuer, Digge. Zu den Waffen! Kommt da gleich noch mehr Feuerlinge? Nein. Da sind die niederen Dämonen da hinten. Was liegt an? Was liegt an? Ja, und ich muss halt gucken, dass ich so viele von meinen Leuten wie möglich durch den Schlund bringe. Ohne mich auf zu viele Kämpfe einzulassen. Denn am Ende steht da ja noch Ularf herum. Vorsicht, Gegner! Und ja, auf dem Hinweg sollten wir die Hänger auf jeden Fall meiden. Was liegt an, wie befohlen? Oh, das ist nicht gut. Nicht zurück, weil ich tue, wie befohlen! Zu dir laufen! Ja, das ist der Feuertoror hier, der uns da gebrochen hat. Und ja, da sieht man Feuerlinge. Tod den Feinden! Die uns auch noch entgegenkommen. Clanbrüder zu mir! Krieg! So, das heißt wir... Zu den Waffen schon auf halbem Weg! Wir müssen hier unser Band stehen erst mal. Auf meinen Befehl! Die Soldaten heilen. Die Feuerlinge auslöschen. Clanbrüder zu mir! Ich rieche Blut! Mal gucken, dass wir Truppen nachrüsten. Also wir brauchen eine Trommel. Die Speerträger. Die Speerträger. Vier Totems. Oh, ein Feuerbeister. Das ist jetzt also ein kleines Problemchen. Okay, der Feuermeister. Und ja, roter Tod ist auch so eine Sache noch. Nicht zurückweifen! Der Feuermeister ist ziemlich im Wun gegen Feuerwagie. Für den Clan! Zu den Waffen! Okay, ein Speerträger. Und dann noch jede Menge Brander. Entdeckung! Feuerspucker? Nicht zurückweifen! Oh, da kommt Baselis, gerade gerauscht. Die meinen es ernst! Und noch Feuerlinge. Clanbrüder zu mir! Nicht zurückweifen! Nicht zurückweifen! Ein Gegenangriff! Ah, jawohl! Bereit! Und los! Okay, wir ziehen uns erst mal zurück. Mir nach! Sie meinen es ernst! Wir haben zwei Trommeloff verloren. Zu den Waffen! Was liegt an? Nicht zurückweifen! Nicht zurückweifen! Ja, da sind noch niedere Dämonen unterwegs. Und Feuerspucker. Ich habe hier Blut! So, was fehlt denn hier doch? Doch, Trommeler? Okay, der Menge Speerkämpfer. Auf mein Kommando! Da kommen wieder Feuerlinge angerannt. Der Feuerspucker krepiert vielleicht noch am Gift. Ich hanche Blut! Ich hanche Blut! So, ich brauche noch sechs von denen hier. Ne, halt. Krieg! Krieg! Ein von denen. Und Radon. Oh, neuer Feuermeister ist aufgetaucht. Das ist auch nicht so gut. Da sind zwei Feuermeister. Das ist doch weniger schön. Was liegt an? Auf meinen Befehl! Was liegt an? Was liegt an? Ja, ich hab'n Totem verloren. Ein Speerträger, so wie es aussieht. Und ein Brander. Also ja, das andere Problem ist halt, dass hier drin, eben, dem Graben so gut wie alles respawn tut. Nach einer Weile. Das ist jedenfalls, glaub' ich, das meiste. Krieg! Sport. Tue wie befohlen. Wo sind die Gegner? Bin schon auf halbem Weg. Sofort! Mir nach! Folgt mir! Und das erschwert uns, unser Vorankommen halt. Vorwärts! Hier oben brauchen wir es gar nicht erst mit den Orksversuchen. Die Feuerspucker, der rote Tod und der Gedankenstörer würden uns auseinandernehmen. Die Feuerspucker, der rote Tod und der Gedankenstörer würden uns auseinandernehmen. Standhalten, Männer! Ich hoffe, Lut! Standhalten, Männer! Wir werden angegriffen! Lauft! Auf meinen Befehl. Folgt mir! Was liegt an? Ja, vorwärts! Wobei es gerade so aussieht, als ob wir doch ein bisschen Land gut gemacht haben, bis auf diese Feuerlinge, die da jetzt hat. Mir nach! Nicht zurückweißen! Nicht zurückweißen! Rudenkrieger! Zu mir! Auf mein Zeichen! Ein Gegenangriff! Und ihr seht ja schon, wie viel Schad diese blöden Feuerdinge machen. Bereit! Nicht zurückweißen! Klanbrüder! Klanbrüder, zu mir! Klanbrüder, zu mir! Nicht zurückweißen! Tod den Feinden! Tod den Feinden! Zu den Wärmen! Auf meinen Befehl! Vorwärts! Vorwärts! Da waren wir schon wieder halber tot! Klanbrüder, zu mir! Auf meinen Befehl! So, die Feuermeister ausschalten, ist immer so das Anstrengendste. In Deckung! Den schon auf halbem Weg! Den haben wir aber dauernd gekriegt. Auf mein Kommando! Oh, da ist wieder ein Feuer-Terror. Tod den Feinden! Auf mein Kommando! Die meinen es ernst! Hier! Feuerteamwurz, zu mir! Die meinen es ernst! Feuerteamwurz, zu mir! Einheit, die sich tun, ich will spawnen! Ja, Feuerling und niedere Dämonen. Dämonen. Für die Nischung auf halbem Weg! Tod den Feinden! Entdeckung! Tod den Feinden! Die Linien müssen halten! Anstrengend.